Musik Einen wunderschönen guten Abend und frohe Weihnachten wünsche ich euch. Willkommen zu einer Episode Town of Salem aus der Weihnachtsfabrik. Ich hoffe natürlich ihr hattet einen besinnlichen Abend, schöne Weihnachten, schöne Geschenke bekommen und auch trotz der besonderen Umstände im kleinen Rahmen, im ganz kleinen Rahmen irgendwie feiern können. Wir spielen Town of Salem Classic, weil ich mich nicht mehr gut auskenne, mit den Rollen und den Rollenänderungen, gerade in der Mafia mit drei Scroats. Ihr habt sie gesehen, Jester, Doktor und Executioner, die ich auch bekommen habe. Ja, Mafia-Änderungen gab es. Der Framer zum Beispiel, wenn der jemanden framed, bleibt das Target die ganze Zeit geframed, bis ein Investigative ihn untersucht und dann noch größere Änderungen bei Forger und Disguiser, die ich gar nicht durchgehen möchte. Wir haben direkt zwei Liefer. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was ist denn hier schon wieder los? Manometer. Die sind ja nicht mal reingekommen ins Spiel. Das macht doch alles schon wieder keinen Sinn. Das ist der Grund, warum ich, ich glaube, seit Juli nicht gespielt habe. Ich fasse es nicht. Naja, wollen wir mal gucken. Wir sind als Christkind unterwegs. Wir klären, Sheriff ist am einfachsten. Mal gucken, was gestorben ist. Vorher macht es eh keinen Sinn, Fake-Willen zu schreiben. Schauen wir mal, was gelieft hat. Die ganze Zeit über. Oh, jemand hat mich attackiert. Kann bitte Anne Sears tot sein? Dann könnte ich auf Save natürlich nicht. Kein Kill. Interessant. Gut, dann werde ich Doktor claimen. Und hoffe einfach, dass ich mich dadurch irgendwie durchretten kann. Mafia hat gekillt. Das heißt, die... Äh, der heißt, Kay hat gelieft. Warum bitte? Mafioso hat gelieft. Ist das eigentlich lächerlich, oder? Ja. Es ist einfach so lächerlich, dieses Spiel. Oh, cool. Red ist die Nummer 9. Ihn kann ich fragen. Vielleicht arbeiten wir ein bisschen zusammen jetzt. Ah, da können wir ein bisschen mitarbeiten hier. Da wird rumgevotet. Tubbo hat viele Votes. Tubbo wird mitgewählt. Warum nicht? Wir gehen auf Sheriff. Immerhin ist er schlau und hat rausgefunden, okay, ich muss Executioner sein. Dann, ähm, haben wir angeblich Luna untersucht. Die ist not suspicious. Nacht 2 haben wir New untersucht. Das ist not suspicious. Die Frage ist, äh, wer war nochmal der Jailer-Claim? Hat mir hier nicht einen. Mafioso sagt, I'm Jailer. Escort on me. Das macht wenig Sinn. Offensichtlicher Inno-Vort. Ganz offensichtlich, Inno. Luna ist Tubby, I spy. Be last night and... Was? Warum gilt ihn die? Warum wählen die einen Doktor-Claim? Ich verstehe es nicht. Es ist das Ganze. Es ist Town of Salem. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt noch ab und zu spiele. Wenn ich ehrlich bin. Ach, da hatte man so viel Spaß früher. Aber inzwischen ist es einfach nur noch traurig. Naja, immerhin. Red ist Mafia. Das wissen wir. Äh, Godfather nehme ich mal an. Er ist der Chef. Wichtig ist jetzt, dass der Jailer wegkommt. Der Jailer ist für uns alle eine Gefahr. Ich will nicht zu früh reingehen mit dem Bobben, weil die Town hat immer noch acht Überlebende. Und, ähm, einen davon kennen wir mit Anne Sears. Ich hoffe, dass die jetzt, die Mafia, jemanden killt und in die Kill-Node eine andere Person als Immun bezichtigt. Zum Beispiel Anne Sears. Das wäre ganz nett. Okay, Lookout ist raus. Das ist schon mal gut. Er hat auch direkt, äh, gelieft. Das heißt, wir haben da keine Angst mit Medium. Letzter Wille ist nicht besonders gut. Bitte eine Kill-Node, dass Anne Sears Immun war. Oh, schade. Na ja, gut. Der Lookout ist raus. Okay. Ach, das ist Luna. It's Bomber. Sagt New. Keine Ahnung, warum. Eventuell ist er ein Town Investigative. New claimed invest. I counterclaim invest. Es gibt noch Random Town, by the way. Aber interessiert keinen. Hier. Eight is claiming. Ich hoffe, dass Luna nicht Mafia ist, bitte. Ich weiß leider nicht, wer der, wer der Mafia-Kollege von Red ist. Red votet nicht. Ich dachte drauf, wo Red drauf geht. Die hoffen, da zu helfen. Er geht auf New. Wie das richtig gesehen habe. Ja, er geht auf New. Aber einfach nur einer ist dumm. Ich glaube, er will einfach nur ablenken von Luna. Deswegen hat er hier weggeworden. Also ich meine, dass Luna der Mafia-Kollege sein könnte. Jetzt rein von der Theorie her. Wir haben noch einen Jester. Wir müssen drauf achten, wer Jester-mäßig spielt. Wenn wir den noch mit dem Spot holen, sind wir schon zu viert. Und der Vorteil für mich ist, ich könnte ja dann mein Target lynchen und könnte dem Jester den Sieg geben. Es könnte ein Jester sein, weil er schreibt gar nichts. Er hat auch ein Medium geclaimt, aber sonst schreibt er nichts. Nur Unsinn. Ich meine, er konnte keinen Hinweis kriegen. Es sind alle tot und haben gelieft, außer dem Doktor. Der wird halt einfach geinnert, gell? Ich meine ja nur. Der wird geinnert. Es ist so lächerlich. Ganz kurz checken. Who is your mate? Müssen wir noch fragen. Vielleicht kommt da noch eine Antwort. Am nächsten Morgen, wenn er es mitbekommen hat. Nacht 3 gehen wir einfach mal auf. Luna habe ich schon gecheckt. New habe ich gecheckt. Gehen wir auf Gay und sagen, dass der auch not suspicious ist. Weil im Notfall kann ich versuchen, ihn mit irgendwie runtervoten. Ich hätte halt wirklich gerne den Überblick, wer in der Mafia ist und wer Jester ist. Wenn wir zu 14, kann man hier ein schönes Spiel aufziehen. Es leben zwar noch sieben weitere, aber jetzt stirbt ja einer. Die Mafia wird mich niemals attackieren. Sie wissen, ich bin immun und ich muss Executioner sein, sonst hätte ich geclaimt, dass ich gehealt wurde. Wir haben zwei Tote. Jailer lebt noch. Den habe ich vergessen. Mafioso down wurde von der Mafia gekillt. Das heißt, Luna wurde exekutiert. Und ich nehme an, dass Luna der Mafioso ist. Beziehungsweise der Framer oder der Gottfarber. Schön! Jailer raus! Guter Kill! Ich meine, es gab keinen Doktor, es gab keinen Lookout, also war das eigentlich ein Easy Kill. Luna wurde exekutiert. Nein, Veteran! Damit ist das Town Killing auch geklärt. Bist du ein Townie? I spy Tabo. Er ist wirklich Spy. Wow. Das ist Random Town. Ich würde gerne wissen, lieber Red, wo ist Ihr fellow Mafia? Da ist at least one Jester in game. Could be two by now. Anne Sears ist natürlich der Veteran. Dann gehen wir auf ihn. Also, die Elf hat er gesagt, ist sein Mate, gell? Ja, die Elf ist sein Mate, das heißt, wir müssen von der Elf wegkommen. In Ordnung. Anne Sears ist der Veteran. Der Vorteil für mich ist, dass die Mafia, dadurch, dass sie mein Target kannte, niemals auf Anne Sears gegangen ist und dadurch nicht in Gefahr läuft, in den Veteran zu rennen. Das heißt, wir haben jetzt im besten Fall drei Mafia. Wir haben vielleicht noch einen Jester gegen eins, zwei, drei, vier. Wenn er Invest ist, wovon ich ausgehe, haben wir ein vier gegen vier. Wir können dann Anne Sears voten und anschließend können wir dann spielen, wie wir wollen. Ich glaube, New ist der Jester dann dementsprechend. Schön. Warum hat Red? Das ist interessant. Ah, er war Jester. Verdammt, jetzt bin ich reingefallen. Bitte weh nicht mich. Bitte weh nicht mich. Das war so dumm. 25 Prozent. Es gibt keinen Jester. Es gibt keinen Vigilanti. Es gibt einen Veteran. Eins zu vier ist die Chance, dass ich draufgehe. Verdient hätte ich es mit diesem dummen Guilty Vote. Das war so selten dämlich. Das war so dumm, dass ich darauf reingefallen bin. Was wir noch hier machen sollten. Last Will. Hashtag. Alles. Noobs. Außer Mutti. Ich merke gerade, dass ich die ganze Folge über nur Notizen gemacht habe und keinen letzten Willen geschrieben habe. Ich Idiot. Cool. Ich bin nicht gestorben. Wie toll ist das denn? Und keiner von der Mafia kann gestorben sein. Doch, Gay ist tot. Warum ist Gay tot? Ist der echt in den Veteranen gerannt? Er hat doch ge... Hat der nicht ge... In Not? Ne, er hat geguilty'd. Okay. In Ordnung. Gut, wir haben jetzt noch zwei Bösewichte. Nämlich den Godfather und mich. Wir spielen ein 2 gegen 3. Veteranen hat New gekillt. Wie sie alle auf Tabo rum... rumreiten. Schon unverschämt. Ich kann nicht Suicide schreiben. Ich kann halt nichts claimen. Die Town wird mich immer wählen. Uh, da wähle ich mit. Bomberbash. Einfach nur um Zeit zu gewinnen. Ich meine, wenn alles gut läuft, gewinne ich jetzt. Ich spiele das so schnell... Man merkt, dass ich eingerostet bin. cool, danke. Okay. Schön. Ich gewinne doch noch. Einfach nur, weil... ähm... Mango Hands mir glaubt. Und das freut mich natürlich. Can you guys hang me tomorrow? Ancy is leaving. Jetzt werde ich noch zum Jester. Willst du mich eigentlich verarschen? Willst du mich eigentlich verarschen? Ich hätte gewonnen. Es ist so nervig. Ich hätte halt einfach gewonnen. Jetzt killt er nämlich Mango. Und dadurch stehe ich da alleine mit ihm und bin Jester und gewinne die Runde nicht. Warum? Das habe ich doch nicht verdient. Warum? Oh, danke. Er hat mich nicht getötet. Er hat mich nicht getötet. Ich will euch noch Thorns zeigen, wenn ich darf. Jetzt werde ich halt zum Jester. Die wählen mich niemals. Ja, wie ich auch. Er spielt mit Aret, bitte. Oh, Red. Ich mag diesen Red. Was für eine Gefühlsachterbahn. Ich kann nicht taunten. Ich habe vergessen, die Taunts zu machen. Lustig wäre, wenn jetzt nur Red guilty'd. Und Mango Hands gar nicht wartet. Sie votieren beide guilty! Oh, jetzt könnte ich assi sein und Red reinschmeißen. Oh, wir könnten ein Tworm machen. Ich könnte ein Tworm machen. Wie assi das wäre. Ich muss hier, äh, Mango killen. Wow, ich hätte einen Unentschieden rausholen können, aber weil Red einfach so schlau ist, hat er es verdient. Red ist der hellste Kopf in dieser Runde gewesen. Ich habe so viele Fehler gemacht und er hat die Situation erkannt. Hat natürlich mir vertraut, was gefährlich sein kann. Vor allem, er hat nicht getötet. Ich hätte der Taun den Sieg geben können. Er wurde gewohmblockt. Wow. Wow. Hammerhart, äh, was für ein... Habe ich nicht dran gedacht, dass es noch eine Escort gibt. Was für eine Runde. GG. Und fröhliche Weihnachten. Gefühls Achterbahn. Äh, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Habt noch schöne Weihnachtsfeiertage und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hres fröhliche Weihnachten. Auf Wiedersehen. H